Was wir überlegen jetzt? Ja, willkommen zu unserem YouTube-Kanal. Das ist jetzt unser erstes Video. Das ist natürlich alles in Übung. Wir haben keine Ahnung davon. Wir machen es uns einfach. Wir ziehen es durch. Zu mir. Ich bin 25 Jahre alt. Heißt Dennis. Wohne am Bodensee. Und ja, ich habe eigentlich schon als kleines Kind eine Leidenschaft zu den Autos. Weil ich meinen Stiefvater früher bekommen und einen eigenen Werkstatt hatte. Und auch wenn man Autos rumgeschraubt hatte, war ich natürlich auch jedem Treppen früher und so. Eigentlich habe ich das schon immer in mir. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt müssen wir halt mal kurz posen, weil da halt ein paar Leute am Straßenrand standen. Aber das wäre ja geil. Was soll ich sagen? Ja. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall aufziehen. Wir sind auf jeden Fall auf einer Suche nach einer Werkstatt. Wenn ihr irgendwas wisst, haut es in die Kommentare oder schreibt mir einfach, wie auch immer. Da sind halt überall Leute am Straßenrand, die man auf den Sack gehen muss. Deswegen muss ich ja ein bisschen mit dem Gas spielen. Und ja, unser erstes Projekt wird auf jeden Fall sein. Einmal mein A3 1.8 Turbo AGU Motor. Baujahr 1997, wenn ich mich nicht täusche. 150 PS. Bis jetzt noch. Ziel ist am Ende so gegen die 300 auf jeden Fall. Weil es ist leider nur Frontantrieb, kein S3. Und... Zweite Projekt, was wir noch haben, ist ein Smart 4.4 Brabus. Von meinem Kollegen, der auch noch dabei sein wird. Den werdet ihr dann im nächsten Video sehen. Oder... Vielleicht werden wir so zusammenschneiden. Das schauen wir dann mal. Vielleicht macht auch jeder sein eigenes Video-Ding. Das wissen wir noch nicht so genau. Und ja... Werden wir auf jeden Fall mitnehmen, auf die Reise, wie es ist, als ungelernte Person am Auto zu schrauben. Wir sind absolut... Mein Kollege ist Programmierer. Ich habe Anlagenechaniker gelernt. Wir haben zwar keine linken Headwear, aber von der Sache Auto haben wir jetzt... Ja, wir haben es nicht gelernt einfach. Einfach umgelern an die Sache ran. Wir haben zwar viele Freunde, die uns viel helfen und unterstützen mit Informationen und ihrem Wissen einfach. Aber... Das meiste wird frei Hand passieren. Und dann wollen wir dann einfach loslegen, ja. Und wir hoffen natürlich, dass das Ganze auch für euch gut ankommt. Aber würde ich sagen, genießt noch das Video ein bisschen und dann... Ja... 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 Bis zum nächsten Mal.